Hallo zusammen, Thomas hier. Heute im Raw Flash wieder? Ganz genau. Punkt 1. Sony, beziehungsweise gegen Sony, wurde im Staat in New York eine Sammelklage eingereicht. Und zwar wegen Problemen mit der Sony Alpha 7 Mark III. Es gibt endlich nach langen Jahren wieder Neuigkeiten von Rico Pentax. Und wer sind die wahren Top 3 2020, wenn es um Kleinbildkameras geht, mit und ohne Spiegel? Da gab es ja in den letzten Wochen einiges an Verwirrung. Und was kommt von Panasonic in diesem Jahr? Ich nehme es schon mal vorweg, nichts Genaues weiß man nicht. Kommen wir zu Sony. Okay, im Staat in New York wurde vor wenigen Tagen von, das muss ich ablesen, dem Fotografen, dem New Yorker Fotografen John Gurriero, so ähnlich muss ich das aussprechen, eine Sammelklage eingereicht. Und zwar geht es um Probleme mit der Sony Alpha 7 Mark III. Genau, also nicht mehr die neueste, aber unverändert eine sehr beliebte Kamera, die auch unverändert noch in großen Stückzahlen verkauft wird. Und ich habe mir die komplette Klageschrift, die kann man im Internet nachschauen, ich habe mir die komplette Klageschrift durchgelesen und ich zeige euch mal, worum es im Wesentlichen geht. Und dazu brauche ich dann doch wieder die Lesehilfe. Es geht nämlich um Folgendes, dass Sony natürlich seine Kameras bewirbt, unter anderem auch mit dem Aspekt, dass ohne Probleme 200.000 Auslösungen möglich sind mit dem Verschluss. Und darauf sollte man sich als Nutzer, als Anwender der Kamera ja nun auch durchaus verlassen dürfen. Und das Problem ist wohl offensichtlich, dass bei einer ganzen Reihe von Fotografen bei der Kamera zwischen 10.000 und 50.000 Auslösungen ein Bruch der Lamellen des Verschlusses aufgetreten sind. Und erwartungsgemäß natürlich außerhalb der einjährigen Garantie. Und genau darauf bezieht sich auch ein Teil der Klageschrift, dass eigentlich, auch wenn die einjährige Garantie abgelaufen ist, Sony aber verspricht, dass auf jeden Fall ohne Probleme 200.000 Auslösungen mit dem Verschluss der Kamera möglich sein sollten, dass Sony dann eigentlich Regress- bzw. Reparaturpflichtig ist und zwar kostenfrei. Macht Sony aber nicht. All diejenigen, die das Problem hatten, die das Problem haben, können die Kamera erst dann wieder vollumfänglich nutzen bzw. überhaupt erst nutzen, wenn sie gegen einen Preis von zwischen 500 und 650 US-Dollar die Kameras haben reparieren lassen. Und das ist jetzt der Stein des Anstoßes und genau das steht auch in der Klageschrift. Die ist wohl noch nicht zur Klage zugelassen, die liegt aktuell wohl beim Start in New York vor. Und jetzt warten wir mal ab, was letztendlich mit der Kamera passiert bzw. was da passiert. Wenn denn tatsächlich diese Schäden auftreten, und ich blende euch mal ein paar Bilder ein, die von einigen der Nutzer dokumentiert wurden, wenn es tatsächlich so sein sollte, dass diese Schäden bei den Sony-Kameras auftreten und sie nachweislich nicht durch falsche Handhabung der Kamera verursacht wurden, dann würde ich mal sagen, sollte Sony sehr gut zu Gesicht stehen, kein Geld dafür zu nehmen und das wirklich auf Kulanz zu machen. Es gibt ja Hersteller, die sind da offensichtlich ein wenig kulanter aufgestellt. Auch Hersteller von Kameras, mit denen ich fotografiere. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich vor Gericht kommt und wie sich das Ganze letztendlich dann darstellt. Also wir werden da bestimmt noch mal von hören, hoffe ich zumindest mal. Die Firma Ricco Pentax hat nach fast sechs Jahren eine neue Kamera auf den Markt gebracht bzw. ihre neueste Kamera angekündigt, die jetzt Ende April auf den Markt kommen wird. Und wenn wir uns die technischen Spezifikationen angucken, dann hat die Kamera, ist eine APS-C Kamera, hat die Kamera 26 Megapixel, hat In-Body-Image-Stabilization, also einen stabilisierten Sensor, hat ein Touch-LCD-Display hinten auf der Rückseite, sodass man also alles mit Touch-Gesten bedienen kann, hat sogar eine Echtzeit-Szenenanalyse per KI, die um was auch immer dann fotografisch optimal einzustellen oder mit der Kamera auch zu machen, hat ein abgedichtetes Gehäuse, ist also Staub und Spritzwasser geschützt, hat Bluetooth und Wi-Fi-Funktionalitäten an Bord, hat zwei SD-Speicherkartenschächte und hat ein, wo wir gerade über das Thema Auslöser waren, Auslösungen waren, verspricht, dass mit der Kamera 300.000 Auslösungen mit dem Verschluss möglich sind. Liest sich im Grunde wie eine gute, aktuelle, spiegellose Systemkamera. Ricoh Pentax baut aber keine spiegellosen Kameras. Ricoh Pentax ist nach meinem Kenntnisstand der einzige Hersteller, der noch übergeblieben ist, der ausschließlich Spiegelreflexkameras baut. Also, es geht um die neue Ricoh K3 Mark III, die jetzt nach knapp sechs Jahren die Mark II ersetzt, ablöst. Und damit ist die Kamera auch das aktuelle Flaggschiff, APS-C Flaggschiff bei Pentax. Es gibt ja so zwei Hersteller, die wirklich richtig Nische bedienen. Einmal ist das Fuji, die mit ihren spiegellosen Kameras keine Kleinbildkameras, also kein Kleinbildsensor-Vollformat bauen, sondern dem APS-C-Format treu bleiben und sich da auch, glaube ich, ziemlich wohl fühlen in der Nische. Und Ricoh Pentax bedient die Nische ebenfalls APS-C, aber indem sie ausschließlich Spiegelreflexkameras bauen. Und im Zuge der Entwicklungen, dass die meisten anderen Hersteller, also gerade auch Canon und Nikon, wohl keine Spiegelreflexkameras mehr bauen werden, ist diese Nische, die man da besetzt, vielleicht gar nicht mal die dümmste, denn es gibt unverändert sehr viele Fotografen, die wollen gar keine spiegellose Kamera. Werden sie aber entweder mit ihren bestehenden Herstellern müssen, indem sie wechseln, oder sie wechseln ganz einfach, wenn sie eine neue Kamera haben wollen, eine aktuelle Kamera, wechseln sie zu Ricoh Pentax und haben dann alles aktuell, alles neu als Spiegelreflexkamera. So, das dazu und kommen wir zum dritten Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es geisterte in den letzten Wochen, geisterte das BNC-Ranking. Das ist ein japanisches Ranking im Webrum, dass danach Nikon komplett von der Bildfläche der Ranking schon fast verschwunden war, dass einige andere Hersteller wie Fuji zum Beispiel aufgestiegen sind auf Platz 4 der Top-Kamerahersteller im Bereich Kleinbildformat mit Wechselobjektiven. Allerdings musste man das wirklich sehr mit Vorsicht genießen, deswegen habe ich mich an der Berichterstattung dieses Rankings auch definitiv nicht beteiligt, denn zum einen bezieht sich dieses Ranking nur auf Japan und da auch nur auf 40% aller Kameraverkäufe Händler, die Kameras verkaufen und auch nicht auf alle Modelle, sondern auch im Wesentlichen auf die Consumer-Modelle, ich sage mal in der Preisregion um die 1000 Euro. Das heißt, dementsprechend sind viele Kameras komplett rausgefallen und dementsprechend war dieses Ranking auch nicht unbedingt repräsentativ, aber es gab dauerlicherweise viele, die sich da tierisch drauf gestürzt haben und dann gleich den Untergang diverser Kameramarken vorher gesagt haben. Also, das konnte man komplett vergessen, aber jetzt gibt es ein verlässliches neues Ranking und zwar von, da muss ich gucken, von Techno Systems Research, ist ein japanisches Unternehmen, soweit ich weiß, die haben eine Studie rausgebracht, die ist hinter der Bezahlschranke, liegt glaube ich so bei 3.500 US-Dollar, wenn man die komplette Studie haben will und der japanische Wirtschaftsdienst Sankai Bis hat jetzt eine Zusammenfassung dieses Berichtes, dieser Studie rausgegeben und danach ergibt sich dann ein etwas anderes Bild. Ganz wichtig, die Zahlen, um die es geht, da handelt es sich nicht um die verkauften Kameras in 2020, sondern um die produzierten Kameras, wenngleich da dürfte kein allzu großer Unterschied sein, denn jeder Kamerahersteller, der Kameras produziert, will die auch verkaufen und selbst wenn da ein bisschen was ins nächste Jahr rutscht, macht das glaube ich nicht so das große Ding und mit Sicherheit werden die Kamerahersteller, ihre Kameras nicht verschrotten, nur um ganz oben im Ranking der produzierten Kameras zu sein. Also wir können uns sicherlich auf diese Zahlen relativ gut verlassen und es bezieht sich wohl auch auf weltweite, auf die Kameras, die für den weltweiten Markt produziert wurden. Und danach gibt es das Ranking der Top 3 Hersteller Canon, Sony, Nikon und auch genau in der Reihenfolge. Danach hat Sony ausschließlich natürlich, wie wir wissen, im letzten Jahr 1,15 Millionen spiegellose Systemkameras produziert. Canon hat 1,05 Millionen spiegellose Systemkameras produziert und zusätzlich natürlich noch 1,71 Millionen Spiegelreflexkameras. Digital natürlich alles. Und Nikon, der dritte in dem Ranking oder auf Platz 3, hat nur 250.000 spiegellose Systemkameras produziert, ist also da ziemlich weit abgeschlagen und 650.000 digitale Spiegelreflex-Systemkameras. Und danach kommt dann Canon auf 2,76 Millionen produzierte digitale Kameras mit Wechselbayonett, im Kleinbildbereich natürlich immer. Sony mit den schon angesprochenen 1,05 Millionen, 1,15 Millionen Kameras auf Platz 2 und auf Platz 3 knapp dahinter Nikon mit im Ganzen 900.000 produzierten spiegellosen und Spiegelreflexkameras, also Systemkameras. Und alle anderen Hersteller sind in dem Ranking, tauchen gar nicht auf, die wurden dann wohl nicht weiter aufgeschlüsselt. Also die Top 3 sind unverändert die Top 3, die wir in den letzten Jahren oder aus den letzten Jahren auch schon kennen. Und was auch rauskommt, ist natürlich der Trend und die Entwicklung, die wir alle schon kennen. Wenn man alle spiegellosen und alle Spiegelreflexkameras über alle Hersteller, die produziert wurden, mal zusammennimmt, sind das 3,26 Millionen spiegellose Kameras und 2,39 produzierte Spiegelreflexkameras. Und wir hatten es ja gerade, Rico ist wohl der Einzige, der noch dann auch in den nächsten Jahren bei den Spiegelreflexkameras verbleiben wird. Und es gibt natürlich ein paar ganz interessante Aspekte, die sich anschließen, Fragen, die sich anschließen. Unter anderem zum Beispiel, ob Canon in der Lage ist, noch in diesem Jahr oder wann auch immer, Sony bei der Produktion und dann letztendlich auch bei den Verkäufen der spiegellosen Kameras abzulösen. Kann Nikon aufholen, denn die sind ja wirklich sehr stark abgeschlagen und das zeigt auch, dass ihre Z6 und Z7 nicht so megamäßig eingeschlagen sind, wie das sich sicherlich zumindest Nikon gewünscht hat. Und vor allen Dingen in den nächsten ein, zwei Jahren wird es Canon und Nikon gelingen, ihre derzeitigen noch ausschließlich mit Spiegelreflexkameras fotografierenden Fotografen auf die spiegellose Seite rüberzuziehen. Also können die ihre Kunden mitkonvertieren von Spiegelreflex auf spiegellos oder werden die vielleicht woanders hin abwandern. Vielleicht, weil sie bei Spiegelreflex bleiben wollen, wandern die zu Rico ab oder sie wandern, weil es ihnen zu lange dauert und die Kameras ihnen aus irgendwelchen Gründen nicht gefallen, wandern zu anderen Herstellern ab. Also das sind auf jeden Fall spannende Entwicklungen, die wir da sicherlich in den nächsten Jahren beobachten können. Und der letzte Punkt, Panasonic. Um die ist es ja in den letzten Monaten relativ ruhig gewesen und muss ja kein schlechtes Zeichen sein. Man muss ja nicht immer Alarm machen, wie das so manche andere tun. Und da gab es jetzt bei den Kollegen von Deep Preview ein relativ ausführliches E-Mail-Interview mit dem Direktor der Imaging-Sparte von Panasonic. Und mit Verlaub, für diejenigen, die sich dafür interessieren, ihr könnt euch das Interview wirklich komplett klemmen, denn es bleibt alles wirklich sehr nebulös und alles sehr vage. Unter anderem wurde dem Direktor die Frage gestellt, wie sieht es denn aus mit dem Thema Autofokus? Da ist ja Panasonic immer so ein bisschen hinterher oder wird auch von einer ganzen Reihe kritisiert, weil sie unverändert auf den Kontrast-Autofokus setzen, der unverändert nicht so treffsicher und nicht so schnell ist in manchen Situationen wie der Phasen-Autofokus, der unter anderem ja auch von Sony stark eingesetzt wird. Und er wurde auch gefragt, wie sieht es denn jetzt aus mit dem Nachfolger, der GH5? Wann kommt die denn? Zumal ja nun auch Panasonic schon im letzten Jahr von sich aus kolportiert hat. Da wird es einen Nachfolger der GH5 geben. Aber der bleibt wirklich komplett vage, so wie ein Politiker, der sich zu allem äußert, aber eigentlich gar nicht sagt. Also dieses Interview ist eigentlich total interessant, was die Fragen angeht, was aber die Antworten angeht, eigentlich wieder total uninteressant. Aber trotzdem wird es da irgendwann in irgendeiner Form dieses Jahr von Panasonic auch Neuerungen geben. Und welche, da warten wir dann einfach mal ab, was dann das Jahr 2021 bringen wird.